Heute ist der erste Teil einer kleinen Review-Serie dran. Vor allem reden wir dabei in nächster Zeit mal über Apps. Nämlich über Apps zum Bergsteigen. Oftmals sehe und höre ich die Frage, welche App sollte man zum Bergsteigen verwenden, welche macht wo am meisten Sinn, wo soll ich die Bezahlversion nehmen, wo nicht. Deswegen starten wir heute mit der App Bergfax. Die genaue Bezeichnung ist hier die Bergfax-Touren-App. In genau die werden wir jetzt mal reinschauen und sie im Detail vorstellen. Dann habt ihr einen besseren Eindruck von der App und könnt euch dann in ein paar Wochen, wenn wir alle Apps durchhaben, dafür entscheiden, was ihr nächsten Sommer wirklich verwenden wollt. Los geht's! So und jetzt befinden wir uns hier in der App Bergfax. Wenn wir die starten, dann sehen wir hier gleich mal die Karte als große Übersicht. Und zwar mit der Einstellung Bergfax OSM. Das ist die Standard-Einstellung. Bei der Pro-Version ist dann auch die ÖK50-Karte dabei. Und was bei der Pro-Version auch noch praktischerweise dabei ist, ist die Hangneigung. Das ist jetzt gerade im Winter eine tolle Sache, weil wenn wir die jetzt mal aktivieren, dann sehen wir hier, manche Hänge sind etwas steiler und manche natürlich auch nicht. Und so können wir das für eine grobe Einschätzung der Lawinensituation ebenso gut gebrauchen. Gerade vor Ort, wenn wir nicht wissen, wie steil ist das Gelände jetzt eigentlich wirklich, dann können wir uns per Standort einfach lokalisieren und dann sehen wir, in was für einem Gefälle wir gerade unterwegs sind. Das ist einfach so für kurz mal nachschauen wirklich, wirklich praktisch. So, das ist mal das eine. Ihr seht hier im Menü, wir haben hier diverse Karten zur Auswahl. Das geht von der Basemap AT, mit der kann man jetzt nicht unfassbar viel anfangen, beziehungsweise der Standard-Karte, das ist jetzt quasi wie bei Google Maps eben, oder der Satellitenkarte. Und auch die Satellitenkarte, die kann man dann nochmal zusätzlich bei Overlay nochmal einen kleinen Zusatz aktivieren, dann sieht man hier nämlich auch zusätzlich die ganzen Wege eingezeichnet. Und das ist schon ziemlich praktisch, wenn man auch sieht, mit was für einem Gelände, mit was für einer Form habe ich es denn hier zu tun, bin ich hier auf Fels, Wiese oder was habe ich denn da vor mir. Das ist jetzt mal das eine in der App. Man muss schon sagen, sie ist unglaublich schnell und natürlich die Genauigkeit in der Lokalisation des eigenen Standorts hängt ja auch ganz stark vom Gerät ab, wenn man sehr, sehr alte Smartphones zum Beispiel verwendet, die nicht mehrere Satellitensysteme verwenden, sondern zum Beispiel nur GPS, dann ist natürlich die Standortgenauigkeit etwas geringer, als wenn man GPS und GLONASS und so weiter parallel verwenden kann. So, jetzt schauen wir hier links oben ins Menü. Da haben wir eine Art Profil. Das gibt es noch nicht ewig lang, sondern das ist jetzt relativ frisch dazu gekommen, vor ein paar Monaten glaube ich. Da kann man jetzt nämlich auch Aktivitäten tracken. Und das ist ziemlich cool. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich verwende es nicht, weil ich dafür andere Systeme habe. Zum Beispiel eben meine Uhr. Die verwende ich fürs Tracken etwas lieber. Aber wenn wir jetzt hier in Aktivitäten reinschauen, dann sehen wir hier, ich habe das auch schon mal ausprobiert. Also das Aktivitätensystem, das gibt es jetzt schon sehr viel länger. Und es gibt auch ein Freundesystem. Also man kann sich zum Beispiel seine Freunde ansehen. Habe ich jetzt keine. Wie gesagt, ich verwende das nicht so. Dann kann man sich dann da auch deren Aktivitäten etc. anschauen und was die so machen. Bei meinen Touren, da haben wir jetzt zum Beispiel die Roma-Spitze drin. Das habe ich mal geplant, so um das auszuprobieren. Und das funktioniert ehrlich gesagt wunderbar. Man kann hier sich zusätzliche Informationen zur Tour einblenden lassen, die man sich selbst dazu geschrieben hat. Beziehungsweise die durch die Tourenplanung errechnet werden. Das Tourenplanungssystem, das ist relativ frisch und funktioniert aber sehr gut. Man kennt das übrigens auch, falls ihr das kennt. Wir werden dazu bald einmal ein Video machen von Outdoor Active. Die haben einen Tourenplaner schon seit sehr langer Zeit integriert. Der funktioniert sehr gut und der hier funktioniert sehr ähnlich. Wir sehen hier unten auch in der Übersicht stets, bei wie viel Höhenmetern wir uns jetzt gerade befinden. Und wie lang die Strecke ist und können das hier entsprechend nachvollziehen und auch bearbeiten. Dann können wir uns hier in den Daipunkten bei den Details im zusätzlichen Menü quasi entweder sagen, wir wollen zum Startpunkt dieser Tour navigieren oder wir möchten der Tour selbst nachgehen. Das ist quasi dann wie ein Navi. Oder wir können uns das Ganze auch für unser GPS-Gerät exportieren lassen oder eben die Tour löschen. So, aber jetzt kommen wir zu einem der größten Teile, die Bergfex in gewisser Weise erst richtig ausmacht. Nämlich Tourensuche. Die Tourensuche, die ist insofern speziell, denn Bergfex hat eines der größten Tourenportale in den Alpen. Und wir können hier, also wir haben hier Zugriff auf die Touren von ganz, ganz vielen verschiedenen Usern, die eben der Meinung waren, dass die Tour, die sie jetzt da gerade gemacht haben, verbreitenswert ist und dass man die, die teilen sie dann eben mit einem. Und das können wir uns zum Beispiel bei den Skitouren, die Pistentour zum Hordelhaus anschauen. Die ist ja extrem selten begangen. Da gehen zu Skitourenzeiten nur ein paar hundert Menschen pro Stunde quasi einsame Bergtour. Und die können wir dann einfach anklicken und dann wird uns diese Route hier gleich angezeigt. Wo geht die hin? Wie geht die wieder ab? Und wenn wir hier draufklicken unten, dann sehen wir eben die Details, die wir schon kennen. Da können wir dann der Tour nachgehen, den Export als GPX oder eben Navigation zum Startpunkt. Und wir sehen, wie bei den eigenen Touren auch, die wir eben selber planen können, wie man hier hinkommt. Da sieht man dann nochmal eine Beschreibung dazu. Das alles erstellen die User aber selber. Das möchte ich sowieso gleich mal anmerken. User erstellte Dinge sind immer super toll, weil da eine große Community dahinter steckt, die sich Mühe gibt, all das, was sie machen, auch irgendwie abrufbar zu machen, damit auch andere sich daran erfreuen können. Das Problem, das ich dabei nur sehe, ist eben, dass oftmals Informationen geteilt werden, die sehr subjektiv sind. Also vor allen Dingen die Zeiten, aber auch zum Beispiel die Schwierigkeit. Zeit und Schwierigkeit ist beides immer so ein bisschen schwierig, wenn man das aus dem Internet einfach übernimmt und davon ausgeht, dass das dann genauso für einen selber auch gilt. Das sei auf jeden Fall gesagt. Wenn wir jetzt hier nochmal zurückgehen, nochmal zurück, dann sehen wir hier oben in unserem Menü nämlich den Filter Skitour eingestellt. Und den kann ich ändern. Ich kann beim Typ einfach sagen, okay, ich möchte keine Skitour gehen. Ich möchte zum Beispiel bei, sagen wir mal, alle Tourenkategorien, da möchte ich jetzt Alpin und da möchte ich jetzt Klettersteige suchen. Das ist zwar vielleicht nicht so für diese Jahreszeit geeignet, aber suchen wir einfach mal danach. Und zack, da sehen wir gleich ganz andere Ergebnisse auf der Karte angezeigt. Gibt mir mal eine andere Ansicht. Da gehen wir mal auf die Bergfex ÖK50 Karte und sehen wir hier bei den Kalkögeln einen Klettersteig. Und da gehen wir jetzt mal drauf und sehen, das ist der Steingrubenkogel Klettersteig. Auch hier wieder. Die Zeiten sind relativ subjektiv und auch die Schwierigkeit Mittel. Damit kann man in der Regel bei Klettersteigen nicht so viel anfangen. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal in die Beschreibung, was da steht. Aha, A bis C auf zahlreichen Bändern schlängelt man sich um die Türme und so weiter. Also Schwierigkeit C steht hier angeschrieben. Ich würde es trotzdem nochmal, also persönlich würde ich es trotzdem nochmal überprüfen und nicht einfach blind übernehmen. Also einfach aus persönlicher Erfahrung. Nicht alles, was im Internet steht, muss auch immer stimmen. So, und wenn wir jetzt hier nochmal zurückgehen, dann können wir jetzt ein bisschen weiter raus scrollen und dann sehen wir, da sind ganz, 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 ganz viele Klettersteige. Aber eben auch nicht alle. Also eine Vollständigkeit garantiert hier Bergfex natürlich nicht, weil es ist ja rein User geführt. Das heißt, wenn es keinen User gibt, der eine gewisse Tour quasi veröffentlicht hat, dann wird sie in der Karte auch nicht angezeigt. Wir können uns alle diese Steige, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben eigentlich keine bestimmte Position, an der wir Klettersteige suchen, sondern wir suchen jetzt einfach mal nach möglichst vielen, dann können wir hier oben rechts auch einfach auf Liste klicken und dann sehen wir hier in einer relativ coolen Übersicht, zum Beispiel die Schwierigkeit des Steigs inklusive der Höhenmeter. Das sieht man in der Kartenansicht natürlich nicht einfach so. Da muss ich dann einfach immer extra draufklicken. Das ist ein großer Unterschied. Und jetzt können wir uns das Planungstool noch anschauen. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Plane deine nächste Tour. Und da habe ich jetzt zum Beispiel schon mal vorher für dieses Review eine Tour erstellt. Und da gehen wir in Zirl hier los beim Schlosswald und gehen auf die Reiterspitze. Und die klicke ich dann einfach an und habe dann, jetzt kann ich zum Beispiel die Reiterspitze wieder rausziehen. Und bei der Ruine Fragen Stein, da möchte ich trotzdem starten. Aber ich möchte jetzt auf den großen Solstein. Dann halte ich das einfach gedrückt und sage dann hier, setze als Ziel. Und dann sehe ich hier sofort die ganzen Daten. 2000 Höhenmeter Aufstiegs, 11,63 Kilometer in der Distanz und viereinhalb Stunden werden wir wahrscheinlich unterwegs sein. Richtig cool finde ich, dass ich hier sehe, was für Wegtypen ich habe, was für eine Oberflächenbeschaffenheit. Wobei auch das immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen ist, weil kann ja alles auch ein bisschen anders sein, als es hier jetzt hinterlegt ist. Aber grundsätzlich, das Planungstool, es geht unfassbar schnell und es schickt einen immer über den kürzesten Weg. Achtung, ist natürlich nicht immer der intelligenteste Weg. Es gibt manchmal Wege, die sind vielleicht ein paar hundert Meter länger. Im System fallen sie dadurch als kürzester Weg raus. Aber dafür sind sie vielleicht etwas schneller zu gehen, weil es eine bessere Wegbeschaffenheit hat oder so weiter. Also da gibt es, da würde ich halt immer trotzdem nochmal genau drüber schauen, wie schaut das da jetzt aus. Gibt es nicht, verlaufen hier nicht vielleicht noch Wege irgendwo nebenbei, die vielleicht etwas angenehmer zu gehen sind. Vielleicht eine Froststraße statt einem Waldweg oder so, wenn es um Zeit geht zum Beispiel, dass ich nicht so viel Zeit habe oder so ähnlich. So und hier sehen wir natürlich dann auch gleich alle Daten, wie viele Höhenmeter und so weiter. Die können wir uns natürlich dann auch gleich mal speichern und der können wir dann einen Namen geben und dann ist sie bei uns und unter meine Touren dann auch verfügbar. Merken können wir uns, fertig von anderen angelegte Touren ebenfalls. Das ist dann quasi wie so eine Listenart, eine Listenansicht, wo wir uns die Touren, die wir uns rausgesucht haben, auch nochmal ansehen können. So, bei den Statistiken sehen wir die Statistiken über unsere Aktivitäten. Das ist bei mir ungefähr gar nicht spannend, denn wie gesagt, ich verwende das System so nicht. Und dann noch etwas ganz, was wichtig ist, was ich gerade in der Pro-Version eben wirklich, wirklich toll finde. Und ich finde genau deswegen lohnt sich bei Bergfax auch die Pro-Version, nämlich die Offline-Karten. Wie funktionieren die Offline-Karten? Ich habe hier einmal die Möglichkeit, mir die Bergfax-OSM-Karten als Offline-Karte runterzuladen oder die offiziellen Bergfax-ÖK50-Karten vom Bundesamt für Eichwesen und Vermessung. Eichwesen und Vermessung, Verzeihung. So, und diese Karte, da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte mir die Region Mittenwald runterladen. Dann scrolle ich da rein und kann mir diese Quadranten aus der Karte downloaden, indem ich auf Hinzufügen klicke, dann diese sechs Quadranten markiere und dann kann ich auf Download starten drücken und dann lädt er mir die runter. Und dann ist es auch vollkommen egal, ob ich dort jetzt Empfang habe oder nicht. Ich kann meinen Standort lokalisieren lassen, sofern ich ein GPS-Signal habe und sehe auch dann alle relevanten Informationen von der Karte direkt neben meinem Standort eingezeichnet. Also da werden alle Details runtergeladen und nicht nur die Ansicht, die ich jetzt sehe, sondern ich kann dann rein scrollen, wie ich, also rein zoomen, soweit ich möchte, soweit es eben geht und die Details werden immer dementsprechend angepasst. Super praktisches Tool und ich muss ehrlicherweise sagen, ohne Offline-Karte bin ich mittlerweile sehr ungern unterwegs. Ich verwende es, ich brauche sie wirklich sehr, sehr selten, die Karte, aber wenn ich sie mal brauche, dann ist es einfach nett, wenn ich weiß, ich lade sie mir vor meinen geplanten Touren immer runter, das Gebiet, das ich brauche. Und ich muss sagen, ich habe es bis jetzt noch nicht oft gebraucht, aber wenn ich es gebraucht habe, dann war ich sehr froh, dass ich eine Offline-Karte hatte, weil dann hatte ich meistens keinen Empfang und dann wäre ich ganz schön im Arsch gewesen. Deswegen praktisches Tool, Karte offline herunterladen und es geht halt sehr einfach. Generell möchte ich über die Bergfax-App sagen, dass sie unglaublich simpel aufgebaut ist und das ist gar nicht negativ gemeint, sondern das ist schön, wenn man eine übersichtliche App hat. Ich finde die Features mit diesem Profil und der Aktivität und so, das müsste meiner Meinung nach nicht unbedingt sein, denn es sollte sich auf eine App konzentrieren, die wirklich mit Offline-Karten und einer Tourenplanung ausgestattet ist und das war es. Aber es ist natürlich naheliegend, dass man, wenn man die Touren dann teilen möchte oder auch veröffentlichen möchte, dass man da dann gleich eine Aktivität damit aufzeichnen kann und das dann übertragen kann. Was übrigens auch geht. Aber so Statistiken und so, ja gut, wem es gefällt, ist natürlich cool. Das ist grundsätzlich alles Wichtige, was ich euch zur Bergfax-App sagen kann und ich muss sagen, sie ist in den Bergen, wenn ich eine App verwende oder eine App brauche, auch meine liebste App. Da muss ich mich jetzt ehrlich gesagt outen, aber es heißt nicht, dass andere Apps schlecht sind. Sie ist auch relativ günstig in der Pro-Version im Vergleich zu anderen Apps und sie ist eben auch sehr einfach gestrickt und ich finde einfach ist im Bergsport immer toll. Also super komplexe Sachen, mit denen will ich mich dann am Berg in einer Notsituation vielleicht erst auch gar nicht auseinandersetzen. Wenn ihr die Bergfax-App verwendet, dann würde mich das interessieren. Schreibt uns das gerne in die Kommentare, ob ihr sie verwendet. Habt ihr auch andere Apps, die euch gefallen oder die ihr lieber verwendet? Das fände ich sehr spannend zu erfahren. Ansonsten würde ich sagen, gibt es zu dieser App nicht mehr sehr viel mehr zu erzählen. Wenn sie euch interessiert, ladet sie euch gerne mal runter und testet sie. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen und über ein Abo am Kanal. Bis zum nächsten Mal, sagen wir wie immer, bergheil!